Bei der ITM D30 Baureihe können Sie ganz entspannt arbeiten. Unser System erlaubt aufgrund der Außenspanntechnik einen Toleranzausgleich von 5 mm pro Verbinderseite. Das kann man bei dem priskalierten Rohr ganz gut erkennen. Hier sehen Sie die 5 mm, die das System an Toleranzausgleich erlaubt. Das ermöglicht einen sehr schnellen und einfachen Aufbau Ihrer D30 Konstruktion.